so herzlich willkommen zu einem weiteren video von mir und zwar heute nur ein sehr kurzes video denn ich habe mir ein paar neue schuhe gegönnt und ja es ist etwas sehr außergewöhnlich ist ich muss ja schon sagen die sie sind auf jeden fall eine der bequemsten schuhe überhaupt ihr kennt sie alle für mich waren das immer die bequemsten schuhe dies auf dem markt gibt ja die kosten zwar auch 200 euro aber ihr wisst selber das lohnt sich auf jeden fall die sehen geil aus und diesen ultra bequem ich persönlich habe gedacht das sind echt die bequemsten schuhe dies auf dem markt gibt es waren auf jeden fall auch meine favorites unter meinen schuhen und ich habe einige schuhe aber freunde aufgepasst ich habe mir die neuen nike of white blazer gegönnt ok hier ich hoffe ihr könnt ihr einigermaßen gut erkennen und zwar muss ich sagen wissen es die bequemsten schuhe die ich habe ja die schuhe sind natürlich auch nicht günstig sind sehr sehr teuer aber ich muss schon sagen wissen die bequemsten schuhe ich habe einfach top die laufen sich gut diesen richtig richtig bequem und ich muss sagen die sehen schon sehr sehr geil aus wie gesagt von der kann ich euch auf jeden fall empfehlen ich werde auf instagram auf jeden fall auch noch ein bild mit den schuhen raushauen und ja mehr gibt es eigentlich heute auch nicht zu sagen ich wollte euch nur mitteilen dass ich die schuhe gekauft habe sind auf jeden fall sehr sehr geil kann man auf jeden fall nicht meckern capital hat es auch in einem musikvideo angehabt ich glaube das war benzemar wenn ich mich nicht irre aber wie gesagt sind auf jeden fall sehr sehr geile schuhe und ich muss sagen wenn euch die schuhe gefallen lasst doch einfach ein leichter schreibt eure persönliche meinung in die kommentare und dann man sich sagen folgen auf instagram